Großereignisse wie der Ironman werfen ihre Schatten voraus. Sie benötigen eine detaillierte Vorbereitung. Der Materialbedarf muss exakt geplant, Leitungen punktgenau verlegt und der Straßenverkehr sicher umgeleitet werden. Ein Großprojekt wie der Ironman ist eine technische und logistische Höchstleistung. Das erfahrene Team der FFR beginnt bereits Wochen zuvor mit den Vorbereitungen für eine unauffällige und reibungslose Umsetzung. Aber nicht nur die Mitarbeiter im Büro arbeiten unter Hochdruck. Besonders gefragt sind jetzt die Teams vor Ort. Und so beginnt der längste Tag im Jahr für das Team der Rhein-Main-Macher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die FFR ist in diesem Jahr nicht nur für einen sauberen und sicheren Ablauf zuständig. Sie stellt auch den Besenwagen am Ende des Felds. Nach weniger als acht Stunden läuft der Sieger des Ironman über die Ziellinie am Frankfurter Römer. Streckenrekord am heißesten Tag des Jahres. In den Abendstunden endet der Ironman dann offiziell. Doch die Rhein-Main-Macher sind noch lange nicht am Ziel. Schon am nächsten Morgen erstrahlt die Rennstrecke sowie der Frankfurter Römer in gewohntem Glanz. Sicher und sauber. Die Dienstleistungen der FFR im Überblick. Verkehrsplanung und Sicherung. Beschilderungsarbeiten. Manuelle und maschinelle Reinigung. Und Abfallentsorgung. FFR, ein Unternehmen der FES. Die Rhein-Main-Macher.